Hohoh! Aufwachen! Ich sagte, aufwachen! Was sagten Sie, dass Sie ihn nicht verletzen? Ja, wir Männer mussten ihn bändigen. Keine Zeugen. Ich habe Ihr Leben vor der Hand der Amerikaner gerettet. Ein Dankeschön. Tja! So. Nein, jetzt spiele ich ihn oder was? Das ist ja... Ah, wuh! Retten Sie Josefina! Im Blutrausch jetzt oder was? Boah! Lass doch den Kopf nicht fallen, Kollege! Zack, zack! Den Blutrausch hier! Boah! Boah! Ich muss in Deckung! Krass, Mann! Soll ich noch auf den schießen? Boah! Boah! Wo denn? Wo sind sie denn? Kommt her jetzt! Oh, Granate! So, ich muss da rüber. Oh, benutzen? Was soll ich denn benutzen? Oh, oh! Oh, oh! Boah! Voll im Blutrausch hier! Zack! Zack! Boah! 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 Stirm! Krass, Mann! So voll im Blutrausch! Okay, jetzt muss ich den Pferden ausreichen, oder was? Brems. Und wieder. Zack. Und zack. Übel, übel. Hier war doch gerade auch noch einer da. Ja, ja, was? Wo? Da. Richtig nach vorne stürmen und rumballern, oder was? Geil. Mann, die Szene gefällt mir. Boah. Mal nachladen. Bisschen Ruhe gönnen. Und dann, äh, mal, mal ein bisschen orientieren. Wo sind denn hier die ganzen? Da. Da war auch noch. Der hier ausflippt. Okay, den hab ich. Boah, einfach alles Niedermähen hier. Aua. Mein Bild ist voller Blut. So. Mal ein bisschen in Deckung gehen, damit ich mal nach... Ey. Wenn ich mal nachladen kann. Josefina! Ja, wir gehen ja schon zu Josefina. Wir müssen ja jetzt erstmal... Oh, oh. Granate. Wollte ich gar nicht. Ich hab doch V gedrückt. Aber gut. Kann ich überhaupt sterben? Ich würd's eigentlich lieber nicht herausfinden. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaub, ich mach mir das Leben auch leichter, wenn ich ein bisschen stürme. Ja, ich... Ich komme! Oh, oh. Was ist denn? Oh, eine Granate. Nein! Oh, okay. Menendez-Schwester Josefina starb bei der Explosion. Wer warf die Granate? Ich wusste nicht, dass sie da war, David. Ich sah nur Menendez und bin durchgedreht. Frank, du drehst nicht einfach durch! Was hat Menendez dir in Angola angetan? Menendez. Er wollte wissen, was die CIA über ihn wusste. Also hat er meine Leute gefoltert. Da dachte ich, packe aus. Ich sah, wie einer nach dem anderen starb. Dann warf er uns in diese Blechdose und schloss die Tür ab. Ich war Wochen da drin. Ja, ich bin durchgedreht, als ich Menendez wieder sah. Was hättest du denn gemacht? Wie hast du denn vor 15 Minuten? Agent Hudson. Hm. Wie hat er denn Wochen in dem Container überlebt? Das ist das Mädchen. Unwichtig. Sie ist nicht das Ziel. Wahrscheinlich eine Nutte. Aha, eine Nutte. Deswegen sind da auch die Puppen auf der Kommode. Röms. So, Freunde. Also, jetzt... ... sind wir wieder Mason. Ja, und wir. Jetzt, äh... ... gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen... Jo, gesehen. Auch gesehen. Und die kann ich jetzt, glaube ich, alle schön gemütlich von hier aus ausschalten. Hoffe ich. Denke ich. Vermute ich. So. Haben wir Ähnchen jetzt nochmal. Aua. Oh. Ja, meine lieben Freunde. Da reißen wir einfach mal das Gebäude ab. Alles gescriptet, natürlich. Um euch gleich jetzt mal die Freude zu nehmen, quasi. Ist nicht wie bei Far Cry. Oder bei Battlefield. Ach, scheiß auch auf Zivilisten. Die haben hier eh nichts zu suchen. Außerdem, ihr knallt die ganze Zeit die Zivilisten ab. Nicht ich. Wow, 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 wow. Bisschen live auffüllen. Gibt's denn hier was Tolles? Irgendwie nicht so. Da hinten ist einer. Tschüss. Also, wir müssen uns jetzt hier durchkämpfen. Alles andere als Guerillataktik diesmal. Und hier dann entsprechend aufräumen, damit wir bis nach da hinten durchkommen. Oh, nee, war kein Zivilist. Nee, jetzt ist der Knaller gewesen. Oh, Aua. Speinebacke. Du, au. So. Ah, da oben auf dem Dach. Da liegt einer. Habt ihr den gesehen? So schön grafisch durch den Boden gebackt. Äh, durchs Dach. Krieg ich denn irgendwie ein lustiges Bonbon, wenn ich hier durchgehe? Oh, Interaktion. Was haben wir denn? Öh. Interaktion. Was haben wir denn hier Schönes? Bestimmte Schutzweste oder so. Hoff ich. Was? Ach, Molotow-Cocktails. Bist du nicht ein böser? Ritt lol. Okay. Also, äh, die KI ist wirklich nicht unbedingt die beste. Oh, au, 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 au. Boah. Boah. Wo ist denn der lustige MG? Ach, da. Ach, das ist Woods. Oh, Entschuldigung, Woods. Hehehehe. Das war auf jeden Fall gerade das MG. Und da ist schon wieder der Nächste hin. Schweinebacke. Oh, 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 oh. Nach vorne laufen, um Deckung zu suchen, ist, glaube ich, keine gute Idee. So, da versteckt sie einer. So, den hab ich. Oh, Granate. Nein. Nein. Blah, 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 blah. Ich hab's ja noch gesehen. Ich wollte noch weglaufen. Nein. Und Failbobtor rennt natürlich wieder voll rein. War typisch. Ja, ist ja schön fürs MG. Ich werde jetzt aber mal dieses lustige MG, da ich ja jetzt weiß, wo das ist. Sehr gut, genau. Aua So, jetzt muss ich nur gleich wieder aufpassen, dass ich nicht wieder Mich in das lustige MG stelle Und da war gerade auch noch einer, irgendwo So, den hab ich Hopf ich, ey Zack Ich hab sogar einen Kopfschutz von mir kassiert gekriegt Aua Von da, ja wenig Munition, schön Hm Ist natürlich ein bisschen doof, ne Woher krieg ich denn Munition, ist hier irgendwo so ein Musitionspunkt Ja, das ist ein festes MG, das kann ich nicht aufsammeln Aber hier kann ich was aufsammeln Yeah Jetzt hab ich wieder ein bisschen Muni Aua Och, da oben Aua Lecker Dimo Was für ein Fenster Das ist ein Balkon Oh Äh Ah, Granate Hab ich noch gesehen, hab ich noch gesehen Und jetzt schmeiß ich da mal ne Granate rein Weil ich, nein, klar An dem abgeprallt und kommt wieder raus Röms Muss man aber auch erstmal schaffen, was ich hier geschafft hab Ich schmeiß hier mit die Granate vom Kopf Und die kommt zurück Aua Hier, bitteschön Klar, durchgeworfen Klar, durchgeworfen Und hier hab ich genug Muni So Wir müssen dahin weiter Röms Da sind doch bestimmt welche Ach, von vorne kommen sie Ja, wo ich sehen Ich hab den doch erwischt, den Fahrer Ja, hab ich Sehr gut Ja Ich weiß Ich kenn das auch Wie in alten Zeiten Das ist völlig normal für mich Ich mach das eigentlich immer Auch in meiner Freizeit Geh ich immer los Und knall einfach mal ein paar Leute ab Weil jetzt so schön ist Aua Das schmeißt ja eine Granate Habt ihr den gesehen? Was? Ne Sau Ist aber auch schön schnell Diese Usi, ne? Oh, oh, Granate Nein Ihr merkt schon Ich werd nicht warm Mit Granaten, ne? Und so, ne? Also Tora und Granaten Das, äh, verträgt sie nicht Das hab ich Genau Das hab ich nochmal auf den Ja, ich hab ihn So Also Jetzt machen wir das Glanze nochmal Irgendwie Versuchen wir da zumindest nochmal Ach, das ist von uns Der Woods Ist auch immer toll Hauptsache ich schieße mal Auf unsere Leute Wenigstens kann ich die nicht töten Also hoffe ich zumindest Hallo Hoffe ich zumindest Dass ich das nicht kann Super Keine Granaten mehr So, er kommt schön von der Seite Da ist noch einer Der wollte bestimmt auch wieder irgendwas werfen Da ist noch einer Komm raus Komm raus Die K.E.K.I. von dem Spiel ist teilweise wirklich sehr Dämlich Wo geht es mir hin? Hallo, ich wollte gerne hier Ruder Einfach nur mal um einen anderen Weg Ja, ich versuch's Hauptsache, er rennt in meine Schusslinie Finde ich besonders toll Boah Das hab ich doch gesehen Ich hab den aber getroffen, glaub ich, ne? Ich hab vorhin meinen Hitmarker bekommen So Boah, ich muss mal in Deckung So ein bisschen Einmal erstmal in Deckung gehen Damit ich jetzt hier Systematisch auslöschen kann Er ist auch so ein typisches COD Mankerl Also nicht Schmankerl, sondern Manko Was mir so aufgefallen ist Die Gegner schießen überall hin Und sobald man aus der Deckung kommt Drehen sich auf einmal alle Gegner in die Richtung von einem Und schießen auf einen Ist auch sehr, sehr realistisch Gut, den haben wir also jetzt erledigt Da oben im Fenster ist noch irgendein Der ist jetzt Geschichte Da haben wir noch einen Der irgendwie immer noch lebt Jetzt nicht mehr Aua Naja, hab ich den auch erwischt? Ja, ich denke schon Komm her, Freund Zack Achso, er liegt da oben Hast du dir ja mal eine tolle Stellung ausgesucht jetzt Da halt sie mal bei Boah, und ich mach hier einen auf Rambo Rambo Genau So So Dem habe ich jetzt in die Nüsse geschossen Äh, geschossen Geschossen So Nehmen wir die Schrotflinte? Maschinenpistölchen Äh, bisschen besser Da haben wir auch gerade Muni aufgesammelt Okay Was kommt nu? Nein, das kann nicht sein Was? Verdammter Norieger Seine Männer sollten Menendez sichern Menendez Oh, au revoir Finde ich auch Komm schon Komm schon, Woods Hauptgebäude voraus Ja, wir versuchen es Also geht die ganze Wo? Oh da, Tatsache Ich hab ihn gesehen Das war ein Scharfschütze Da ist auch noch einer Ach, warte mal Ich hab doch auch noch mein lustiges Scharfschützengewehr Nein Nein Ich drück immer Mausrad V zum Zoomen Höh Bums So mit dem Snipergewehr Äh Ist ja glaube ich ein bisschen angenehmer Sich die Sniperfuzzis zu holen Aber so sehe ich keine mehr irgendwie, ne Habe ich schon mit der Mit dem Maschinenpistole Schon ausgelöscht Aua Aua Ich verstehe kein Wort Aber Ich glaube ich weiß Was du sagen willst Nämlich Pass auf Du wirst geschossen Oder Pass auf Die Aua Pass auf Die verstecken sich da Ich hab keine Granaten mehr Das ist doof Bringt das was Wenn ich mal nach vorne renne Außer zu sterben natürlich Ach Der ist schon tot